Jo Leute, Dope Dämpfer TV ist wieder hier und heute geht's um die Palma Red ohne Zusätze. Wie immer fangen wir natürlich gleich am Anfang an zu rauchen. Die Geschichte von Palmal habe ich schon in den anderen Palmal Videos gesagt. Ich habe ja schon haufenweise von Palmal Reviewed, also schaut einfach mal irgendwo vorbei. Bei irgendeinem Palmal Video, ich schätze mal bei dem Stopftabak Video habe ich alles gesagt. Da ist das Verpackungsdesign von Palmal Red ohne Zusätze. Hier haben wir den Palmal Schriftzug. Das hier sieht man beim Buchstaben ein bisschen so ausgewaschen. Schaut das so aus hier oben. Weiß nicht, ob man es richtig riecht. Doch, jetzt sieht man es. Ist so ein Tabakblatt, diese Tabakadern oder Tabakästchen. Ja, das ist ausgestanzt auch. Und es schaut halt auch aus, als wäre da wirklich ein Tabakblatt, weil die Farbe halt so in diesen braun gehalten ist. Wenn wir die Schachtel mal umdrehen, tut sich nicht viel, eigentlich ja gar nichts. Da steht noch Palmal hier auch und oben auch. Und das hier alles ist ausgestanztes Palmal, das American Blend ohne Zusätze, das kleine Wappen und das Tabakaderblatt. Die Kondensatwerte von einer Palmal Red ohne Zusätze betragen TH10mg, Nikotin 0,8mg und Kohlmonoxid 10mg. Also so eine Standardgeschichte. Sind ja ganz normale Roten, aber halt ohne Zusätze. Der Preis beträgt 5€ und ihr haltet 20 Zigaretten. Zum Geschmack von der Palmal Red ohne Zusätze. Hier habt ihr eine richtig starke Tabaknote. Ist ja der Farbe am meisten ohne Zusätze Zigaretten. Ist ein bisschen gemischt mit einer Würze, aber hauptsächlich dieser Tabakgeschmack mit dieser Würze schmeckt gut. Wer es mag, wer es nicht mag, der sollte davon die Finger lassen oder allgemein von ohne Zusatztigaretten die Finger lassen. Weil ohne Zusätze ist meistens immer Tabaklastig und meistens mit Würze. Ich gebe den Palmal Red ohne Zusätze 6 von 10 Punkten. Ich mag das ohne Zusätze eigentlich nicht so. Die gefallen mir jetzt allgemein irgendwie nicht so. Ab und zu kann man schon ohne Zusätze rauchen, aber Palmal Red ohne Zusätze ist irgendwie jetzt nicht so mein Fall. Weiß nicht wieso, aber ist halt so. Und ja, das war's wieder von DopeDemperTV. Euer Max. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben. Ihr könnt Zigarettenwünsche, Tabakwünsche in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das dann mal durch und schaue da mal, was ich mir so zulegen werde. Wenn schon irgendwie ein Kommentar da ist, wo es zum Beispiel sagt, jetzt bloß als Beispiel Malboro Flavor Mix und ihr dieselben Zigaretten haben wollt. Dann drückt einfach auf das Kommentar, gefällt mir. Weil dann weiß ich auch, aha, ja die Leute wollen da und da mehr. Und dann mache ich das. Dann kaufe ich mir die mal und dann review ich die. Also das war jetzt bloß ein Beispiel mit dem Malboro Flavor Mix. Und als nächstes gibt's dann wahrscheinlich das Typ A, Typ B Video. Und ja, das wird dann die Tage hochgeladen. Bis die Tage. Ciao.